Guten Tag und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Escape from Tarkov und zwar gehen wir einfach mal als Skev rein und werden in der Factory mal gucken ob wir was zusammen kriegen und los geht's nach dem Intro Gut das sind wir wieder, ich habe auszusehen, meine Kämmern gelassen, aber es ist nicht so schlimm Fail am Tage zu dieser Art neuer Patch Wir haben nicht viel was wir mitnehmen können, deswegen erstmal als Skev rein, die Map laden und gucken ob wir ein bisschen gut rauskriegen, das ist so eigentlich so das Hauptding, was wir machen müssen, ne? Heute habe ich meinen Crude Cap auf und ihr schießt schon und ihr ist schon eh noch umgefallen und wir verstecken uns mal, naja, wo ist denn hier los? Hier rennt was, aber wo? Ja 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 Also finden wir doch einennorner ne batterie ey was will ich mir so ne riesen batterie Verkauf nur das Oh mein Gott Lalalalalala Ja schon mal sehen wir Ziemlich im Arsch Läuft da noch irgendwo einer rum Hier ist was los eh Verdammte Axt Ach Weg damit Brauchen wir nicht Okay Wo ist der Spinner hin ey? Touch erstmal da hinten rum Aber ich wills Arsch ey Fuck Ich hab nicht wirklich was zum heilen ey Ich sterbe gleich Naja Hoffen wir mal dass wir Fly Eventuell was zum heilen finden Hier ist die neue kleine Rig Ja da gab es hier ob das Munition drin wir brauchen Aaaaaaah Ich glaube ich sterbe gleich Hm Dann dazu ich nix Ah das wird mir doch nix ey Ich werde gleich umfallen wie nasser Sack wenn ich dir nix finde Ah Cracker soll ich mir das auf die Wunde schmieren oder was? Wenn man was braucht hat man Hat ja keine sowas Ist einfach nur Ärgerlich Eine Pantage ja die bringt mir aber auch nicht viel weil ja alles im Arsch ist Und das ist Und das ist things Ich weiß Chiff Und vom Ich glaub gibt mir Saliva oder irgendwas, als würde ich nicht. Auch nix, auch nix. Natürlich nur Mühe, wie sieht denn unser Leben aus, wir haben auch nix mehr zum Heilen. Wir haben das Trempfe im Wies, ein nasser Sack. Ah, da rennst du mal ausgucken, wie sie alles sieht. Oh, mein Wecker, sorry. Ich würde sagen, wir gehen mal Richtung Bad, weil ein Bad findet man meistens was, das man vielleicht auch versuchen könnte zu überleben. Magazin, hier haben wir nochmal Painkillers. Ja. 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 Ich bin eh kurz vor dem sterben. Dann ist es egal ob man gleich, vor allem wie ein nasser Sack oder nicht, wir müssen auf jeden Fall einfach mal versuchen. Da fehlt mir hier was drinne. Schlüssel, 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 ja wunderschön. Man sieht schon am Bild, dass ich eigentlich gleich umfallen müsste. Das ist ein bisschen zu sein. meine beine sind dort mein arm ist dort da ist nicht mal viel das ist ganz schlimm wenn man was zum abfüllen braucht des lebens wenn man medie braucht gibt es nix das ist einfach nur jedes mal dasselbe mein kopf ist ischentöd ist gleich soweit den jumpfalter warte mal schleitet da oben noch was warum haben die alle keine medie ja wasser also das bringt's mir ja guckt es euch an ich bin gleich tot ich fall gleich um wie nasser sack letzte chance sind die zwei kisten hier dass wir eventuell medie finden ja das sieht doch schon gut aus das war die brune gestoppt trotzdem bin ich kurz rumsterb wir haben jetzt die batterie raus nehmen wir noch das mit packen wir uns noch ein bisschen zeug mit jetzt hier ja das war noch drin das haben wir raus alles noch die schröpflinde hier rein den hut setzen wir so noch auf was haben wir schon die mit ach ich hätte vielleicht einen rucksack und mitnehmen so ja jetzt schröpflinde mal wieder jetzt hat die wirkung nachgelassen von meinem pänke los hat man hier schon reingeguckt so jetzt schröpflinde mal wieder lang hoffen dass man rauskommt da hat er noch was da hat er noch eine mack versuchen uns einfach noch ein bisschen gut rauszuholen solange wir noch ein bisschen leben bin zwar wirklich am arsch weil alle beide beine tot sind ja gut von dem brauch ich jetzt nix ja wie sieht es da aus mit trinken ja gut meinen macken hat er nicht erwischt das ist gut das ist schön ja nicht so prickelnd wir versuchen uns das einfach hier raus zu quälen ich meine so guter loot ist das auch nicht so gut zwei schröpflinden ist immer gut für die factory schröpflinden loot ist loot wir haben am anfang nix also ihr wartet jetzt eh noch auf mich scheint nicht so wir gehen geradeaus durch hoffen dass man jetzt rauskommen und dann ist gut das ist gerade ein bisschen blöde ich habe es gerade so überlebt gerade so mit achten krach hätte ich nicht gedacht leute hätte ich wirklich nicht gedacht ich habe wieder wieder sterben zum glück haben wir noch ein medie gefunden in kirk das uns ein bisschen hochgeheizert und dass uns noch die wunde verbunden hat das war so uns anu also das verstauen wir uns noch so viel habe ich jetzt auch nicht deswegen jeder loot bringt mich weiter erstmal so dezent 30 schröpflinden guck mal ich habe sogar eine m 67 gefunden auch nicht schlecht am anfang sind pistolen meines erachtens sehr wichtig weil man einfach noch nicht genug gut hat um zu sagen verkaufen die pistolen jetzt habe ich auch so eine kleine weste die hat 40 40 schutz das ist eine ganz kleine das bestimmt so eine polizei ist es in den normalen kann ich mir vorstellen ich habe ich auch so ein schanker die fetzte auch wenn man noch so in viertingen das ja gut das global geschweck schweißen das auch ich habe schlüpfen zu bleiben eigentlich wegschmeißen weil das was möchte ich jetzt wegschmeißen das habe ich doch vergessen ach was weiß ich das nehmen wir mit den rucksäck damit das messer gemacht lassen und ich hoffe euch hat die kleine runde factory gefallen ist eine kurze runde gewesen aber wir haben es geschafft also wir haben es raus geschafft und das war so das war wichtig bis zum nächsten mal euer stemmer und lasst nen like da lasst nen commit da lasst nen abo da wenn ihr wollt weiterspiel